So, mein Lieben! Gehen wir Sauna, oder? Gehen wir Sauna! Seid ihr bereit, oder würdet ihr mir kommen? Komm, wer soll den Zorn betreiben? Komm, wer soll den Zorn betreiben? Ich bin da! Ich bin da! Plan für heute ist der Zorn. Wir werden fünf Minuten und vier Minuten aufwärmen. Dann haben wir ein kleines Prü-Workout, sozusagen fünf Minuten. Je nachdem, wie lange wir den Warmer brauchen. Und dann haben wir ein normales Workout. Mit normalen Übungen. Und das werden wir im Rohr-Wilden fordern. That's it! Fragen Sie bitte an, wenn keine. Passt, dann gehen wir Sauna. Erste Aufgabe. Wir sind in der Liebenziehung. Wir sind auf die Knieknies und weiter. Das ist bereit. Ich zeig es euch jetzt ein seitlich-Prov. Wir setzen uns wieder zurück. Wir setzen uns tief, lang werden die Oberkraft. Und wieder aufrecht die Bandstellung. Die Oberfläche. Die Oberfläche. Und wieder aufrecht. Das machen wir gleich zum Small-Better. Wenn wir fertig sind, bleiben wir in der Halssitzung schön in der Beine Seite raus, d.h. Dann nehmen wir die Hand oder das Bein gespeichert, durch und wir öffnen. Jetzt machen wir wieder 5 Mal zur Seite. Dann Zeitwechsel. Eine Beine wieder strecken. Oh ja, die falsche Handkampf war. Wenn wir fertig sind, bleiben wir. Wenn wir fertig sind, gehen wir mit den Achselstern, das heißt wieder ein-bei-auf-stehen, auf der Seite. Aus der Position schauen wir, dass du das Lenkstern dient nach vorne schieben, wenn ihr mit den Armen nach oben geht, schaut, dass eure Elfer gestreckt sind. 10x pro Seite. Wenn wir schauen, dass dein Lenkstern rein weiter nach vorne geht, schau, dass du die Ferse vorgelaubraust. Genau so. Ja, dann Zübschen mit Bixen, noch 10x pro Seite. Ja, tief hinein, tief hinein. Ja, tief hinein. Ja, tief hinein. Ja, oben geht's. Oben geht's. Schulterfläche. Thomas, wieder den Fuß ab. Thomas, wieder den Fuß ab. Bisschen weiter fort. Bisschen weiter fort. Ja, Michi, schau jetzt nach vorne. Ja, Michi, schau jetzt nach vorne. Ja, genau so. Ja, genau so. Ja, genau so. Wenn wir fertig sind, muss wir abgelenkt und zwar, wir gehen in die Räume. Und zwar, wir gehen jetzt immer, immer spitz in die Räume hinaus, zu weit, gehen einmal nach außen, drehen, bisschen die Räume spitz in die Räume, bis wir die Räume spitz in die Räume zu weit, bis wir die Räume zu weit sind. Und wir erfolgen, wenn wir die Position immer gesund und dann machen wir die Räume. Okay? Statt nochmal. OK? Also wenn du mit der Fangen spitz in die Räume weiter nach außen. Auch wenn du mit der Fangen spitz in die Räume weiter nach außen. Und dann geht's mir wieder zurück. Dann geht's mir wieder zurück. Und dann setzen wir uns wieder. Dann setzen wir uns wieder. Dann machen wir das Geschäfer. Ja, locker los ist. Ja, locker los ist. Ja, aber immer noch. Immer noch. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder zurück. Zug, Zug. Und wieder. Dann gehen wir wieder in den Hals. Dann gehen wir wieder in den Hals. Dann drohieren wir. Dort war das Ding. Wir haben hier leid. Wir haben hier einen Hals. Wir haben hier eine Liste. Wir haben hier ein Hals. Wir haben hier ein Hals. Wir haben hier einen Hals. Und dann geht's mir auch ein Hals. Jetzt noch ein Hals. Jetzt noch ein Hals. Jetzt noch ein Hals. Ja, genau so. Jetzt noch ein Hals. Jetzt noch ein Hals. Ja, genau. Wieder locker los. Heute noch fest. Wieder Position. Ungereg gestatten. Becken leicht nach vorne. Becken leicht nach vorne. Und schieben. Wir kriegen es wieder zu wenig zu lösen. Zweite Hand und Vor. Das wird die Benachse. Das wird die Benachse. Das wird die Benachse. Ein Hals. Andere Seite. Heute zeigen wir fest. Heute zeigen wir fest. Wir sind fest. Dann aufhängt. Dann aufhängt. Dann aufhängt. Jetzt schneiden wir noch. Das war glaube ich. Jetzt k копieren wir uns eine Möglichkeit. Nein. Dann aufhängt. So, stellen wir alle auf. Erste Geschichte. Wir machen ein Workout. Und zwar ... Und zwar ... Und zwar ... Die erste Workstation. Wir machen ein Serratenplay. Das ist, wenn wir mit einem Schnitt nur, dass meine Schultern in einer Außenlokation sind. So, wie wir es eigentlich immer machen, dass die Handbecken auf die Haare kommen. Lass die Position. Und aus der Position, lass uns die Schulterblätter noch weiter einfallen. Und wegdrücken. Einfallen, einfallen und wegdrücken. Okay? Das machen wir fünfmal. Machen wir die erste Runde gemeinsam. Okay? Gehen wir einmal in die unterm Schulzhandfläche nach oben zwischen den Schulterblättern reinlassen. Aktiv wegdrücken. So weit es geht nach oben aus den Schulterblättern wieder locker. Und raus. Mit einem nur aus den Schulterblättern. Mit einem nur aus den Schulterblättern. Fünf in der Holung. In der Holung. Wenn wir fertig sind, gibts. Wenn wir fertig sind, gibts. Dann noch einmal zehn. Wir wollen gehen zum Wortschamp. Ich weiss jetzt noch nicht, hier Hobi. Wir gehen in die Hobi. Wir gehen in die Hobi. In die Hobi. In den Hobi. In die Hobi. In die Hobi. In die Hobi. Wenn wir das haben, machen wir Positik ein, machen wir nur, dass wir in einer Liegestützposition sind. Liegestützposition, Schultern einfallen lassen, wegdrücken, einfallen, wegdrücken. Wieder fünf, wiederholen. Du brauchst deine Ellenbogen, die bleiben ganz gestreckt, nur aus dem Unterblatt. Die Ellenbogen bleiben fixiert, drückst du nach vorne. Und jetzt weg, genau so. Okay? Okay? Das ist unser erstes Workout. So, ich bin am Lockdown bei Philipp M-Rap. Unterm Stütz. Wegdrücken, wieder locker lassen. So was wir noch dem Update. Dann zehn Spot Jumps. Dann ist es fünfmal in die Liegestützposition. Dann wieder zehn Spot Jumps. So viele Rufen wie möglich in den fünf Minuten. Okay? Okay. Ist das klar für alle? Daumen hoch und hoch und hoch und hoch. So, die Haar-Damen hoch. Wie hier? Ja? 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 Fast. 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 Fünf Minuten starten. Aber jetzt. Wir starten mit dem Hochschutz. Der Hochschutz. Denkst du? Es geht um Qualität. Es geht um Qualität. Fünf Wiederholungen. Dann zehn Spot Jumps. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Zwei. Acht. Zwei. Acht. Nein. Zehn. Zwei. Drei. 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 Zwei. Gleich aus den Schuh, gleich aus den Schuh, gleich aus den Schuh. Wieder fünf wiederholen. Mehr ist nicht, dann haben wir das 10 Sport Chup. Jetzt kein Schuh mit dem Gas, nicht? Jeder Besicht, so viele roten wie möglich. So viele roten Schuhe. Für den Laufenschuh, für den Laufenschuh. Michi Denkler, wenn du alle gehst, Knie nach außen. Drück deine Knie, Acker nach außen. Jawohl, genau. Jawohl, genau. Wir sind alle in Liefen. 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 Wieder liegen. Wieder liegen. Noch drei Minuten. Noch drei Minuten. dreht, wleht, 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 wleht. Ja, aber jeweils Fußwiederholungen und unser Zerratus-Blick. Und dann 10 Squatchers wieder dazwischen. 2 Minuten ab. 2 Minuten ab. 3 Minuten ab. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Hurraben het. Ja, aber. Ja, aber. Whoa. Aha. Alle, alle, alle! Alle, 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 alle! Noch 6, 6, 6, all back, 6, 6, all back. Mein Ursagsziel, ich kann aufhören. Was soll die Uhr? Noch 20 Sekunden. Und Pause, Pause. Kurz trinken. Wollen wir vorbei? Jetzt gehen wir ans. Kurz trinken, kurz trinken. Und Pause. Stop. Stop. Nächste Aufgabe schon so aus. Wir machen ein M-Rap. Das heißt, so viele Runden wie möglich in 15 Minuten. Okay? Wir starten mit jedem von zwei Wiederholungen. Dann vier, dann sechs, dann acht, dann zehn. Dann sind wir immer zwei verschiedene Aufgaben. Einfach über den Hintern. Übung ist schon so aus. Erste Aufgabe, Bulgarian Sport. Das heißt, die Brauchzeiten. Einfach Fuß hinten drauflegen. Und schön nach hinten unten setzen. Wieder aufstehen. Zwei Wiederholungen rechts, zwei Wiederholungen links. Zwei Wiederholungen links. Nächste Aufgabe. Das heißt, wir machen mit den Fingerspitzen Diamanten. Das heißt, wir sind ganz eng zusammen. Der Position. Ja. Das ist gar nicht, gell? Jetzt setzt das gar nicht. 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 Und in der Position gehen wir in der Unternehmung. So aus. Position. Position. Wir machen mit den Druck. Wir machen mit den ganzen 15 Minuten. Zwei Wiederholungen starten. Ist klar? Daumen hoch. Daumen hoch. Passt, 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 passt. Perfekt. Ready für 15 Minuten? Na, daumen hoch. In der Grund, drei, zwei, eins. Go! Wir starten mit dem Garnsquad. Zwei Wiederholungen rechts. Hopp. Wir haben zwei Wiederholungen links. Schön nach hinten unten setzen. Zurücksetzen mit der Auffritt. Zurücksetzen mit der Auffritt. Zurücksetzen mit der Auffritt. Dann haben wir gerade die Blei-Contentation. Uns am Stützen. Auch wieder aufdrehen. Ausdrehen. 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 Andere Seite. Andere Seite. Zwei Wiederholungen und die letzte Aufgabe, dreimal Push-Ups, reinge Push-Ups, Position, zwei Wiederholungen, zwei Wiederholungen, eins, eins, zwei, 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 Wiederholungen, vier Wiederholungen, vier Wiederholungen, eins, zwei, drei, vier, Zwei Wiederholungen, zwei, eins, zwei, eins, Zwei Wiederholungen, zwei, 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 drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, Beideholungen, zwei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, drei, drei, Füchst du in der Position. Fixieren, fixieren, in Position, in Position. Jetzt haben wir schon über sechs Unterholungen gehabt, gell? Freunde, wir können sich beide heben mit deinem Kopf. Vorne auf, wieder kurz der Leiter zum Stabilisieren. Man, die sich auch nicht mehr über die Leiter zum Stabilisieren. Wobei ich geradeausweise habe, wird es einfacher, wenn ich die Leiter zum Stabilisieren. Füchst du möchtest? 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 Gute Nachsichten, wir hoffen, wir müssen drei Minuten. Aha, das ist großartig. Was? 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 Wer schupe zehn? Wer schupe zehn? Wer schupe zehn? Na pinig neu? Na pinig neu? Oh. 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 Ah. Oh. 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 Das war's für heute. Ich will den Nasskoder auslegen. Ich kann mal auslegen, aber wenn wir im Nasskoder setzen. Bravo, bravo. Thomas Handrecken weiter zurück. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Noch weiter, noch weiter. Und jetzt, bis die Endung so nah wie möglich am Körper raus. Noch weiter zu mir. Servico, Thomas. Thomas! Dass die Dierposition, das jetzt wieder unter Brausen tut mir vor, schon das Doppel ist. Das Doppel ist unterwärts. Und noch wo wir herkommen. Dass die Position auch so drückt hat. Okay? Okay? Wirklich? Sam ist weg, Sam ist weg. Ja, ich bin beim Banking. Ach so, ach so. Dann mache ich meine Bulgarien. Ich hab's auf was gelockt. Ich hab's auf was gelockt. Ich muss das mal einfach glauben, Alec. Ich glaub's dir hin, ich glaub's dir hin. Ich hab's nicht eh. Ich hab's nicht mehr gesehen, dass ich ein paar Mal auf den Kopf bemühen kann. Ich hab's nicht mehr gesehen. Wir haben's nicht mehr gesehen. Jetzt ist es ja gut, dass wir da hinten raus. Das heißt, kurz vor Halbzeit. Und jetzt ist ja gut. Ich hab's nicht mehr gesehen. Und jetzt ist es schon drin. Schau uns auf, dass er weiß es geht, dass Schulte über Schulte riechen! Schau uns auf, dass Schulte riechen! Schau uns auf. Ja, man sieht der Beste aus. Ich bin jetzt mit einer Heuang oder? Wer? 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 Uwe down! Uwe down! Nuhunnaus! Ich werde immer noch niedrehen. Neunminutes, Turma! Ich lasse's doch dringend nochmal. Meine Hintern höher und so wie wir am Tag Und das muss mit ÖBOMO hin ÖBOMO hin Nicht mit Hintern Wenn es schwer ist, dann muss das Kasselbock Kasselbock Größere Schritt Noch weiter Noch weiter Dino so weit Und jetzt muss ich noch hinten unten setzen Setz dich hinten, wenn du siehst, glaube ich Ja, das ist ja besser Besser Wie soll das gehen? Ja, du musst nachher, schön kurz Du musst nachher, schön kurz Du musst schauen, wenn es da ist Dass dich da hinten oben setzen Okay? Jetzt bist du noch relativ glücklich Du machst das Du machst das Ja Schau, dass du größer gehst Nicht oben setzen Nicht oben setzen Ja Oberkörper aufwech lassen Ja, genau Ja, genau Ja, genau Soweit du das von Top-Hutern schüttzt besser aus Soweit du das von Top-Hutern schüttzt besser aus Soweit du das von Top-Hutern schüttzt besser aus Not его Tiet hoch Nog threevniton Er nicht den Das ist gut. Okay. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Kannst du es verleihen? Er hat sich verletzelt. Gäwon, was du zu sehen? 1 Minute 30 Minuten. Pause euch aus. Nächste Minute da. 1 Minute 30 Minuten. Letz, den wir unten, den wir unten. Hoppas, hoppas, kann der andere setzen. Noch drei, sechs Sekunden, sechs Sekunden. Noch zehn, noch zehn, neun, neun, acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut, jetzt werden wir in den Bauch. Nur schnaufen, nur schnaufen. Nur schnaufen, wieder gehen. Sehr gut war das. Sehr gut war das. Nächstes Schnauble. Nächstes Schnauble. Nächstes Schnauble. Nächstes Schnauble. Kurz wieder runterkommen. Aber jetzt ist es mir nicht mehr kalt. Das kann ich dann. Die erste Aufgabe braucht man, die Handflecken und die Schulter. Schulterblätter nach hinten hoch reduzieren. Reifen, reifen. Kurz entspannen wieder. Kurz entspannen wieder. Montagimäuer. 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 Unter die Knie. Unter die Knie. Schnauble. Mit der oberen Hand. Mit der oberen Hand. Mit der oberen Hand. Stimmgelenk. Und ziehen das obere Bein. Nach hinten. Nach hinten. Das zweite Bein. Ziehen wir nach vorne. Halt. Halt. Durch locations. Aufs Knie zur Brust ziehen, einfach Knie zur Brust ziehen, 2. Bein ist gestreckt, einfach entsparen. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Bauchladien, Bauchladien, Vorkörper. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. Schöner Zug in der Brust. Seidig mit Doppeln an Strecken. Schönen Wegdrücken. Das war in der Brust. 2 Sekunden. 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 Und gut ist. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. 2 Sekunden.